Musik So, wichtigsten Utensilien für den Besuch im Dschungel. Desinfektionsmittel, Mückenschutz und Desinfektion für Wunden, falls welche auftreten. Was sehen wir? Wir sehen Palmen über Palmen, nichts mit Urwald. Scheinbar ist hier also irgendwann mal die Urwald abgeholt worden für Palmplantagen. Und das ist an vielen Orten in Malaysia so, beziehungsweise auf Borneo so. Man ist dabei teilweise wieder um zu pflanzen, aber das braucht alles seine Zeit. So, aus diesen Dingern wird Palmöl gewonnen und das ist sozusagen das Gold von Borneo, womit die ihr Geld verdienen. Deshalb die vielen Palmenplantagen, weil der Urwald bringt ja kein Geld. So, heute gehen wir hier mit den Affen spielen. Ja, mit dir, genau. Und wir gucken uns die Langnasenaffen an. Die da sind im Übrigen die Good Monkeys, die wir letztes Jahr schon auf der Rayleigh Halbinsel gesehen haben. Hier sitzt das Begrüßungskomitee. Der Musik Der Arzt lich fährst du im auto und dann siehst du die ganzen Tiere hier rechts und links und geradeaus in die Waage geil und zwar kommt hier aufs mütteressen schlieren schlange 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 Musik 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 So, ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind wieder auf dem Seedorf. Wir sind hier nochmal zurückgekehrt auf Empfehlungen, weil es hier ein ganz tolles Seafood-Restaurant geben soll. Und das probieren wir heute aus. So, der Eingangsbereich sieht schon mal sehr interessant aus. Hier kannst du dir dein Mittagessen aussuchen. Musik Das schwimmt dein Mittagessen. Sehr speziell. Musik So, was sich hier bewegt. Es will sich nicht bewegen jetzt. Das ist unser Mittagessen. Lobster. Wir probieren den mal. Musik Dirk. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist ja doch... Ach, geil sein. Abonnieren? Wo? Hier findest du noch mehr Videos. Also ich muss weitergucken. Oh, das geht alles mal im Urlaub.